Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gäbe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Und angesichts der Gesamtsituation eines Krieges, der jetzt schon fast ein Jahr dauert, sind alle Pro und Kontras sehr sorgfältig abzuwägen. Wir können alle heute noch nicht sagen, wann eine Entscheidung und wie die Entscheidung aussehen wird zu Leopardpanzern. Ich jedenfalls nicht, Sie wissen warum. Wir sind nicht wirklich hessitiert, wir sind nur sehr vorsichtig in der Balance und all die Pro und Kontras. Wir sprechen nicht nur über alles an jemandem, das ist ein neues Kind of measure we would chose. So we have to be carefully, because we have a duty to look carefully and intensively on what might be the consequences for anybody in that conflict. We will make our decisions as soon as possible. And as I already mentioned, we support Ukraine in a very, very big measure and we will continue doing this. We don't fear anything. We have just responsibility for our population in Germany and in Europe. And we have to balance all the pros and contras before we decide things like that, just like that. This is nothing else. And I'm very sure that there will be a decision in the short term, but I don't know why and I don't know how the decision will look. Priorität Nummer eins ist Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Insbesondere auch mit Blick auf Munition. Deswegen wird das auch den obersten Vorrang, den obersten Rang einnehmen müssen. Wir werden unsererseits zur Stärkung der Luftverteidigung eine Feuereinheit des Flugabwehrraketensystems Patriot in die Ukraine liefern. Auch dies wird zeitlich mit unseren US-Partnern abgestimmt.